Kannst du das nicht ablesen, weil die ist einfach immer 5. Oh, das macht sich der grüner Nebel. Eine Targoiden-Mutter. Was ist hier denn ab, Alter? Geil, ich sehe das Maul. Was macht sie? Irgendwas hat sie gemacht. Hat mich geschubst. Hat mich geschubst. Farbe gewechselt? Mich ange... Mich ange... Irgendwas gemacht? Und ich habe auf einmal einen tierischen Rückwärtsgang eingelegt. Boah, geil. Hast du sowas mal gesehen? Mhm. Ich glaube, eine Mutter noch nicht. Nur wie normalen. Ey, so ein riesiges Schiff, ey. Das ist ja krass. Was geht mit dem ab? Ey, nee. Der fliegt da nur rum und macht gar nichts. Die suchen immer irgendwas. Und dann vergissen sie sie nach einer Weile. Aber das ist so eine riesige Mutter, so eine riesige Blume. Also nicht so ein kleines. Das ist so groß wie ein Beluga-Leiner, das Ding. Boah, größer doch, oder? Die sind auch viel größer als unsere Schiffe. Nee, das hier nicht. Okay. Aber du hast recht, die schwimmen. Ja, das ist kein kleiner. Das ist ein großes Ding, so sehr. Sieht aus wie Schwimmen, was die da machen. Weil die sich so einfach bewegen irgendwie, als wäre es irgendwie Wasser. Und jetzt hat er ein Portal gemacht und ist weg. Okay. Krass. Portale haben die auch. Boah. Ja, warte mal. Die haben ja auch. Die haben ja auch so.